Friedrich Fröbel wird auch als Schöpfer des Kindergartens bezeichnet. Aber wer war Friedrich Fröbel eigentlich? Welche Idee steckt hinter seinem Ansatz? Was sind die Ziele der Pädagogik? Und welche Rolle hat die pädagogische Fachkraft? Dies und vieles mehr erfährst du im heutigen Video. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um die Pädagogik nach Friedrich Fröbel. Auf dem Erzieherkanal erscheint jede Woche mindestens ein Video rund um Themen des Erzieherberufs. Lasse gerne ein kostenloses Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen und den Erzieherkanal zu unterstützen. Die Inhalte aus den Videos gibt es jetzt auch zum Nachlesen auf der Homepage www.erzieherkanal.de. Und jetzt viel Spaß beim Video. Wer war Friedrich Fröbel? Friedrich Fröbel war ein deutscher Pädagoge. Er wurde am 21. April 1782 geboren und ist am 21. Juni 1852 gestorben. Fröbel ist bekannt geworden für seinen pädagogischen Ansatz, vor allen Dingen aber als Schöpfer des Kindergartens. Bevor Fröbel seine Gedanken, Ideen und den pädagogischen Ansatz in Form von Kindergärten in der Praxis etablierte, gab es sogenannte Kinderbewahranstalten. In diesen wurden Kinder tatsächlich mehr aufbewahrt als alles andere. Friedrich Fröbel entwickelte auf dem für die Zeit sehr untypischen, aber aus heutiger Sicht modernen Bild vom Kind, einen pädagogischen Ansatz und eine Einrichtung, welche heute als Kindergarten bekannt ist. Die Idee der bloßen Aufbewahrung von Kindern in den Kinderbewahranstalten änderte sich hin zu Einrichtungen, welche es sich zum Ziel machte, die bestmögliche Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern zu ermöglichen. Wie schon erwähnt, wurde damit die Idee des Kindergartens geboren. Friedrich Fröbel gründete 1840 in Bad Blankenburg den ersten Kindergarten der Welt. Ein elementarer Teil der Pädagogik nach Fröbel ist das Spiel. Dem Spiel hat Friedrich Fröbel also eine ganz besondere Bedeutung zugesprochen. Im Laufe des Videos wird auf diesen Punkt und die elementare Bedeutung des Spiels noch weiter eingegangen. Fröbel schaffte es mit seinem pädagogischen Ansatz, die Elementarpädagogik auf internationaler Ebene zu verändern. Die Sicht auf Kinder, die Bildungsfähigkeit und Förderung von Kindern änderte sich. Zwar langsam, aber sie änderte sich. Friedrich Fröbel nannte den Kindergarten nicht zufällig so. Das Bild des Gartens wurde bewusst gewählt. Kinder sollten wie Pflanzen in einem Garten gehegt und gepflegt werden. Ihnen sollen die bestmöglichen Bedingungen zur Verfügung gestellt werden, damit sie sich gemäß ihrer individuellen Voraussetzung optimal entwickeln und wachsen können. Das Bild vom Kind Die grundlegende Idee von Fröbel war es, dass das Kind sehr naturverbunden ist und damit Teil von etwas Universellem. Fröbels Ansatz baut darauf auf, dass sich alles in der Natur zu dem entwickeln kann, was in ihm angelegt ist. Dabei ist vor allem die individuelle Komponente dieser Sichtweise besonders hervorzuheben. Jedes Kind hat unterschiedliche Begabungen, Fähigkeiten und Potenziale. Es geht bei der Fröbel-Pädagogik darum, dem Kind die Möglichkeit zu geben, diese Begabungen, Fähigkeiten und Potenziale zu entdecken und dann weiterzuentwickeln. Die erwachsene Person begleitet das Kind dabei. Nach Fröbel entwickelt sich das Kind durch das Spiel und die damit verbundene Auseinandersetzung mit der Umwelt. Fröbel war großer Fan von freien Spielmöglichkeiten für das Kind. Heutzutage ist dies in den Einrichtungen als Freispiel wiederzufinden. Die Ziele der Fröbel-Pädagogik Fröbels Ideen und Ansätze sind mittlerweile knapp 200 Jahre alt. Die Welt, die Gesellschaft und die Umwelt hat sich maßgeblich geändert. Dennoch sind die Grundstrukturen und die Ideen hinter dem Ansatz nach wie vor gültig. Das oberste Ziel der Fröbel-Pädagogik ist die bestmögliche Entwicklung des Kindes, je nach seinen Potenzialen und Möglichkeiten. Zu den Zielen der Pädagogik und vor allem zum Ziel und der Aufgabe eines Kindergartens hat Fröbel einmal folgendes gesagt. Es ist die Aufgabe, Kinder des vorschulfähigen Alters nicht nur in Aufsicht zu nehmen, sondern ihnen eine ihrem ganzen Wesen entsprechende Betätigung zu geben, ihren Körper zu kräftigen, ihre Sinne zu üben und den erwachenden Geist zu beschäftigen, sie sinnig mit der Natur und Menschenwelt bekannt zu machen, besonders Herz und Gemüt recht zu leiten. Im Spiele sollen sie freudig und allseitig, alle Kräfte übend und bildend, in schuldloser Heiterkeit, Einträchtigkeit und frommen Kindlichkeit sich darleben, für die Schule und kommende Lebensstufen sich wahrhaft vorbereiten, wie die Gewächse in einem Garten unter dem Segen des Himmels und der aufsehenden Pflege des Gärtners gedeihen. Die Rolle der Erwachsenen Person Die pädagogische Fachkraft soll beobachten und begleiten, dem Kind das zur Verfügung stellen, was es zu optimalen Entwicklungen benötigt. Es geht dabei nicht darum, dem Kind sich selbst zu überlassen, sondern vielmehr darum, ein konstruktives Gleichgewicht zwischen Selbstbestimmung und notwendigen Grenzen und Strukturen zu finden. Die pädagogische Fachkraft soll nicht vorschreibend und reglementierend dem Kind gegenüber auftreten. Die Bedeutung des Spiels in der Fröbelpädagogik Das Spiel und die sogenannte Spielpädagogik sind in der Fröbelpädagogik von elementarer Bedeutung. Das Spiel spiegelt die kindliche Welt und ist ein Vor- und Nachbild des Lebens und ein Mittel, um sich mit der Umwelt auseinanderzusetzen und sie zu begreifen. Fröbels Ansicht nach ist das Spiel die höchste Stufe der kindlichen Entwicklung. Über das Spiel ist es möglich, dass das Kind alles erfahren, begreifen und lernen kann, was für das jetzige, aber vor allem für das spätere Leben von Relevanz ist. Fröbel war die erste Person, die eine Pädagogik und einen Ansatz entwickelte und umsetzte, welche ganz maßgeblich auf dem Spiel beruhte. Das Spiel gibt die Möglichkeit, an die Erfahrungs- und Kompetenzwelt des Menschen anzuknüpfen. Das Spiel ist steigerbar und damit die menschlichste und konstruktivste Form, etwas zu lernen und zu begreifen. Das Spiel besteht aus einer Wechselwirkung zwischen dem Einfachen und dem Komplizierten, dem Bekannten und dem Unbekannten, dem Konkreten und dem Abstrakten. Das Spiel kann laut Fröbel als die Brücke zwischen Kind und Erwachsenen begriffen werden. Besonderes Augenmerk legte Fröbel auf folgende drei Bereiche in der Spielpädagogik. Die Gartenpflege. Die Naturverbundenheit war ein großer Ansatzpunkt von Fröbel. Daher wurde auf dem Bereich der Gartenpflege ein besonderes Augenmerk gelegt. Die Kinder pflegten die Pflanzen im Garten. Dadurch konnte laut Fröbel eine Verbindung zwischen dem Wachstum der Pflanzen und der eigenen Entwicklung der Kinder sichtbar und verständlich gemacht werden. Die Rollenspiele. Dazu zählen Bewegungsspiele, Kreis-, Tanz-, Lauf- und Darstellungsspiele. Vor allem die Rollenspiele in Gruppen sind laut Fröbel besonders wertvoll für die Entwicklung und die Erfahrung. Die Spielmaterialien. Die Spielmaterialien werden auch als sogenannte Spielgaben bezeichnet und haben eine bestimmte Aufmachung und Charakteristik. Dabei geht es um die angesprochene Wechselwirkung von einfachen und komplizierten, konkreten und abstrakten und so weiter. Anhand der Spielmaterialien soll das Kind die Grundsätze des Universums verstehen. Dabei sollen Gesetzmäßigkeiten und Zusammenhänge erkannt werden. Die Kugel, der Würfel und die Walze sind unter anderem typische Spielmaterialien der Fröbelpädagogik. Diese Körper lassen sich in Fläche, Linie und Punkt zerteilen und dann wieder zusammensetzen. Zusätzlich gibt es verschiedene komplexe Holzbausteine und Legeplättchen mit geometrischen Formen. Durch all diese Materialien versteht und verinnerlicht das Kind Zusammenhänge. Klicke hier, um zu dem aktuellsten Video auf dem Erzieherkanal zu gelangen. Lasse hier ein kostenloses Abo da. Für weitere Infos schaue doch mal auf der Homepage www.erzieherkanal.de vorbei. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Simon vom Erzieherkanal. www.erzieherkanal.de